Das ist Courage, wie wenn wir zusammen vom Zehner springen für die Toleranz, ganz egal aus welchem Land, das ist gegen die Gewalt, gegen jeden, der die Fäuste... Hi, wir sind 5. März und wir sind heute auf den Courage 2017 und wir sind für Toleranz und gegen Gewalt. Courage 2017 steht ja unter dem Motto für Toleranz und gegen Gewalt und ihr setzt euch ein. Warum? Also, wir finden halt, dass die Zustände, die heutzutage da herrschen, also zum Beispiel heute auch diese enormen Kontrollen, die wir durchmachen mussten, ja, wir finden, das kann einfach nicht sein eigentlich, weil wir sollten alle miteinander leben, nicht in Angst oder in Furcht oder sonstiges oder auch nicht in die Schule gehen jetzt und da gemobbt werden oder sonstiges und Angst vor der Schule haben oder so. Und ja, wir dachten uns, mit Musik kann man Menschen erreichen und darum wollen wir auch das einsetzen, um die jungen Leute zum Beispiel heute beim Courage Festival einen schönen Tag zu bieten und auch denen zu zeigen, ja, man kann zusammen, schön, ohne Gewalt oder sonstiges, kann man da eine schöne Veranstaltung haben, ja. Man soll einfach jeden respektieren, so wie er ist und ich glaube, dann spielt da Gewalt keine Rolle mehr.